Gott, wie sieht das denn hier aus? Gebt mir Money! Merry Xmas, Motherfucker! Dann sammeln wir auch mal Collectibles, ne? Ja, das ist ja toll. Timo, siehst du mich? Äh, gerade sehe ich gar nichts. Jetzt sehe ich dich. Komm mal mit. Äh, ich schieße gerade auf Köpfe. Okay, ich komme. Okay, ich gehe nicht weiter, weil da ist was Fettes. Jens? Äh, ich sehe, äh, ich sehe Carsten. Ja, lauf an ihm vorbei. Komm zurück. Bin da, bin da. Ja, das musst du zerstören. Und was ist... Ich habe es nicht zerstört. Hier oben. Oh, cool. Okay. Das war's? Ja, das ist halt eins. Okay, nice. Das sind nicht die Collectibles, sondern... Verstehe. Das ist was, was ich selbst kaputt machen muss. Cool. Jens ist online. Scheiße. Bloat killed Mr. Snake Zombie. Ja, irgendwie, äh, hatte ich mich zu sehr ins Schwer gewirrt. Die Bloats haben echt eine krasse Reichweite. Siehst du denen gar nicht so an. Hier ist der Häcksler. Wo? Rushed. Guck erst mal, was hier drauf steht. Da drauf. Auf den Schildern hier. A lazy elf is a dead elf. Äh, das kenne ich schon. Hinter dir. Hinter dir. Beatings will continue until morale improves. Oh mein Gott. You can't have slaughter. Äh. Ähm, 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 ähm. Beatings will continue until morale improves. Ist, ähm, ein Zitat aus einem Liedtext. Ah, fuck. Ich komm nicht drauf. Ähm. Stein alt. Das Lied ist in Brutal Legend. Das Alter. Das ist aus einer richtig, das ist aus einem richtig, aus einer richtig alten, aus einem richtig alten, äh, Metal Lied. Okay. Ich hab's gleich. Ähm. Meine Güte. Ich war's. Das Hör. Stand sau. Ich meine das, ah, shit, too much concentration. Ähm, Thieves, jetzt hab ich's. Das ist aus Thieves von, ich glaube, Racer X. Das, äh, ich verschehle. Ah, das ist, das ist ganz alte Industrial Metal. Das ist ziemlich cool. Don't eat me! Ich will mal einen Flammenwerfer wieder haben. Wo ist denn ein Flammenwerfer? Den könnte ich gebrauchen, ich bin nämlich leer. Okay, vergiss es. Ich hab ja bisher nur den Ausräucherer. Ne. Bleib mal da stehen. So, was haben wir hier? Double Ball Roboram's Dog. Beide Läufe. Echt mal, beide Läufe für den Weihnachtsmann. Spray and Pray Time. Ich hab ne Mütze auf und du nicht. Oh mein Gott! Er hat ne krasse Mütze. Die hat ja sogar ein Dingsmuster. Ein was Muster? Ein Karo Muster. Ich will mich jetzt nicht so weit auseinander, äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, es wäre, äh, schottisch. Aber es ist ein Karo Muster. Maintain the area security. Da-di-da! Sieger rausgekommen! Wollen wir nicht halten. Okay. Wollen wir nicht halten? Anscheinend nicht. Was ist das hier? Nein, da wo der Zeiger ihn zeigt. Ah. Ach, da hinten. Alter Vater. Ich werde mal einen Flammenwerfer. Die Mucke ist echt rattenscharf. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ha, Levelaufstieg, Bastarde. Wow. Was? Ich mochte die Stalker noch, als sie Winterschlampen mit knappen Röckchen waren Keine komisch-mundsichtbaren Eismonster Tja Da hat man immer wirklich so schön das Röckchen hochfliegen sehen, wenn die irgendwelche Capoeira-Flips gemacht haben Das war witzig Oder wenn du ihnen ins Gesicht geschossen hast Ja, so oder so flogen dir blutige Ärsche um die Luft Äh, um die Ohren Ja, das freuen wir euch auch immer Aber die sind auch einfach nicht unsichtbar, kann das sein? Doch, die sind unsichtbar Ich würde die Bambi super Nein, nicht zwei Sirens Ich will nicht Gott, die Viecher Ich komm mal, Carsten Ich wollte doch nur Muni holen Der Gore-Fiend Ist doch der Gore-Fiend, oder? Der Lebkuchen Und der Gore-Fast Ehrlich gesagt, kann ich die in den Winter-Skins gerade noch nicht auseinanderhalten Der eine hat eine Zuckerstange, der andere zwei Oh Okay So simpel Port is open again Ist es immer Jedenfalls Du hast Ja, also die Map geht auch ein bisschen weiter Und deswegen musst du jetzt mal darauf achten, dass du hier beim Hebel stehst Ich hab den Erfolg aber schon Ach, hast du schon Das reicht, wenn wirklich einer das macht Ah Ja, gut You can't have slaughter without slaughter Hätte man wissen können Ja, hätte man wissen können Hätte man auch vielleicht kommunizieren können Habt ihr schon mal Pizza mit Lachs gegessen? Nein Ich glaube ja Super Ein lazy elf is a dead elf Jens spielt übrigens auch gerade Killing Floor, hab ich gerade gesehen Jaja, der denkt jetzt, dass er einen Skype mit reinkommt Weil ich glaube, der hat doch keinen Discord, oder? Doch hat er Wir haben ihn dazu gezwungen Ich schreibe ihn mal Jens, du bist dick Die letzten paar Mal, als ich ihn angeschrieben habe, hieß es nur, dass er die Dailies auf der Perkman macht Warum habe ich eigentlich keine Rüstung? Oh, da kommt der Siren Oh, tschüss Tja Hehehe Beide Läufe für jeden von euch Damm, tschüss Damm, tschüss Damm, tschüss Damm, tschüss Damm, tschüss Wow, die Bambis sind echt ziemlich kaputt, Alter. Das ist great. Der hat das überlebt. Dieser Cloth war Gott. Was ist denn das hier? Du Arschloch. Le Port is safely open. Ah, jetzt gehts hier runter, okay. Hier liegt ne Waffe. Oh. Fast schon am Eingang. Joink. Ha! Was ist denn das hier? Automatisch auffüllen. 748. Und wie viel Cloth habe ich? 748. Und ich habe drei zu wenig. Kann mir das mal bitte einer erklären? Was? Wer braucht Geld? Ich bin voll equipt. Oh, läuft bei dir. Ich, äh... Ach ja. Der Wasser war wirklich ein bisschen großzügig. Ich besitze nun drei Shotguns. Und sie sind voll. Nein, diese Alkoholiker. Meine Shotguns sind blau wie das Meer, voll wie mein Laderaum. Was war das noch? Geladen werden Bordgeschützt? Das ist passend. Und breit wie die Ärsche von den Weibern auf Tokutuga. Scrape. Flambi. Flambi. Klick, 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 klick. Ich liebe es einfach, wenn die in Flammen aufgehen. Oder wenn sie zerplatzen. Oder in die Luft fliegen. Und dann... Ich bin aufhörnig anzureifen. Das Realtime schießen mit dem, äh, dem Support ist natürlich auch super nice. Time for some worky work. Das ist nicht so wie hell. Stopp this bad boy. Klick, klick, eine Kügelchen hab ich gesehen. Ich muss ja sagen, ich empfinde es als tiefe Befriedigung, wenn diese Sätze in dieser Kammer sind und ich da nur mit dem Flammenwerfer drauf halten muss und die nichts anderes tun können als elendig zu verbrennen. Ah, das ist nervig. Ich schieße zwar in Echtzeit in der Z-Time, aber nachladen tue ich nicht. Nö. Nö. Bonus durch. Deswegen ist das zum Beispiel mit der, äh, Double Barrel D10 sind befreit. Mh. Mit der Double A ist ein Rattenschaf. Das ist geil. Damit kochst du jeden Squake. Ja. Zwei Sammlerstücke noch. Oh, darauf hab ich jetzt mal gar nicht mehr gedacht. Ähm. Eins? Ja, ich hab das letzte. Nice! Dammtida! Ah, Timo! Mh. Eines? Bös. Moment. Ich referiere gerade eine Tür. Wo soll ich hin? Geh mal hier runter. Lel! Es geht ab! Woran erinnert mich das? An den Arc Reaktor Äh, nein Irgendwas Fantasy mäßiges An den Arc Reaktor An den Arkenstein? Der Hobbit? Harry Potter und ein Stein Diese Geschenke Oh shit Oh mein Gott Wie sehen denn die Quarter Pounds aus? Hässlicher Nussknacker Aber natürlich ist der Flashpawn ein Nussknacker Wie denn auch sonst Er knackt deine Nüsse Ja, genau Squake Und was liegt denn da? Ach ne Shotgun Ah, ein perfekter Man-Bird Ja, genau Ja, genau Ja, genau Keep it up When you're done I can reopen the trailer park Right, here comes Cash on leg Click Click Motherfucker Braucht jemand Geld Versorgt I don't need But very thank you I appreciate your kindness Go fuck yourself in the kitchen Why in the kitchen? Because you got a hat and It is hot Like always when I fucking something Like a banana I'm about to shut the pot Contact the area Wo seid ihr? Wir müssen das Gebiet beschützen Oh mein Gott, wo ist das Gebiet? Oh mein Gott, wo ist das Gebiet? Ich sehe jetzt zwei Flashies. Zwei Flashies und ein Squake. Ich sage, mindestens zwei werden sterben. Ja, beide Flashpons sind tot, hast recht. Ja, der fängt schon mit mir an. Und geht weiter mit mir. Haha, was habe ich gesagt. Maaaannn. Nööööö. Da fehlt mir eigentlich schon mal richtig. Neu ruhig, muss ich sehen. Äh, die fehlt mir auch noch. Wir nicht. Es geht, Jens. Wir müssen das Gebiet verteidigen für 15 Dodge. Gott. Das ist der Kartonkrieger, da. Oh. Uh. Bist du Tote geblockt. Ja, war irgendwie heftig in dem Areal. Und da ist der nächste Scrake. Geil. Ja, meine Double A ist zu schwer. Tut mir leid, Medic. Ich gucke sie auch gerade Smoke hier an. Mhm. Wir haben sogar zwei Medics. Hammerhart. Trotzdem hat sie nicht geholfen. Der eine Medic hat eine Demo-Waffe. Deine. Was? Deine. Aha. Hat der wirklich? Naja, du hast auch gerne Medic mit Raketenwerfer gespielt. Jeder hat gerne irgendeine Klasse mit Raketenwerfer gespielt. Oh. 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 Oh, das war mies. Smokey. Aber das läuft noch, Alter. Da. Wo ist meine Flinte? Wo ist deine Flinte? Äh, Moment. Wups. Das ist eine Medic-Flinte gewesen. Wo ist meine? Da. Hm. Ich hätte wahrscheinlich beide aufheben können. Da hat Flammeufer uns nicht überlebt. Mal gucken, wie viel Geld der gibt. Der liegt hier. Yeah. Ich lebe. Mhm. Ich kann nur leben, wenn ich meinen Flammenwerfer habe. Da haben die da. Boah, wie weit ist denn der Händler weg, Alter? Okay. Ich muss runter gehen. Äh, ja. Double Boomstick. Du stehst direkt davor. Ja, jetzt schon. Klick, klick. Oh, scheiße. Wup, 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 wup. Scheiße. Geht ja schon los. Und der nächste. Wow. Boah, Alter, ja, man, das ganze Magazin in den Flashbound rein drücken. Der kommt mal im Squake Der nächste Squake Der kann springen Oh scheiße Wow Der Sani guckt die Wand an, ey, was ein Wichser Klick, 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 klick Boah, Junge Ja, ich hab ihn umgebracht Samus, stay back Garsten, ich glaub wir sollten nicht aus den anderen gehen Ja, wir müssen das Gebiet verdeidigen Das ist gescheitert Boah, diese wuselnden Geschenke, Mann Wenn die dann auch noch anfangen Irgendwelche Flips zu reißen Ich hab eine Melee-Pistole Benutze sie weiser Ich werde es tun Nein Alter, was geht ab? Ich hab keine Raketen mehr Ich hab nur noch meinen, also meine Double-A-Slayer Jetzt hab ich noch zwei Raketen Vorsicht, die können da hochspringen Der kommt von oben einfach runter, der Wichser Kommt der nächste an Hinter dir, Mann, hinter dir Neben die Das war, das hat nix mehr Noch ne Rak Bombe Bringt das eigentlich was, wenn ich zwei Molotows-Cocktails auf ein Ziel werfe? Den Insta-Damage, wenn du das Viech damit triffst schon, ja, aber ich glaube vom Groundfire her natürlich nicht Und das sieht gut aus Wollen die mich eigentlich ficken? Ich hab nur noch einen 9mm Na gut, ich glaube zum Glück Als Ärztes Ja toll, jetzt geht auf einmal das Licht aus, wollt ihr mich verarschen? Spend to win, Bitch Ah, ich hab ein Messer Nein, ich sterbe Nein, nein, nein Ja Dude Ist der schlecht Wow Einfach nur mit der Standard Mit der Standard-Dings-Pumpe noch hinterher geflogen, ey Ja, weil ich ihn mit dem Messer abgelenkt hab Ich hab gedacht, ich hab noch relativ viel Double Barrel, weißt du Machst du zwei, ein paar mal zwei Läufe, so fump, 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 fump Okay, lecker Scheiße Ja, aber man muss echt mit aufpassen Und das Boah, Junge Die Amo ist teuer Klick, klick Er mit der roten Krawatte und der roten Mütze auf, ey Ja, ich hab mir viel Mühe bei dem Auto gegeben Santa is the man keeping elves down Merry Christmas great again Ah Scrake Wow Vollzug Ein Flashpoint ist fast tot Ach, ist das ein Flashpoint? Hm Noch einer Hälfte leben Ich seh nix, egal, ich schieß weiter Der lebt noch Ja Er lebt noch Alter Schwede Hinter uns Aber die, äh, dass das Oh, Scheiße Und nochmal Dass das Areal rot angezeigt wird Wenn hier noch irgendeiner drin steht Ist ein sehr, sehr geiler Indikator Ob noch irgendwo beim Team Viecher sind Und man helfen muss Das leuchtet aber auch rot Wenn man zu wenig Spieler da drin hat Ah Wow Ein Fettsack Was hat er bauen? Und auf jeden Fall zwei Squakes. Nein, ich habe Komo. Das ist nur der erste Kuss. Was ist das? Da haben die da. Den Berserker hat dreist die Weste unter der Nase weggeklaut. Ach, als Berserker brauchst du sie nicht. Niemand hat diesmal gestorben. Warum so überrascht? Weil du spielst. Hat er nicht gesagt. Nö, die Händler-Tussi. Fünf Gewicht. Die Multi-Action wiegt auch fünf. Die Multi-Action wiegt auch fünf. Komm, kauf die Multi-Action. Timo. Nö? Mit welchen Marvel-Helden identifizierst du dich am meisten? Mich? Ja. Pikachu. Ghost Rider. Du hast gar keinen Motorrad vorgestellt. Das ist richtig. Er auch nicht. Ach so. Ja gut. Er trägt doch keinen Helm auf dem Ding. Also ich glaube, dass Johnny Cage einen hat, aber Ghost Rider nicht. Das ist ja so einer der wenigen Filme, wo die Fortsetzung wirklich immens geiler ist als der erste Teil. Und den ersten Teil einfach mal komplett überflüssig macht. Ja. Auch. Ich wollte es ja nicht glauben, als du es mir gesagt hast, aber... Es ist so, nachdem man beide dann doch zweimal gesehen hat. Squake. Flashbound. Nein, da ist ja wirklich einer. Da geht er da auch. Ah, ein Viertel hat er noch. Double Squake. Sie haben wirklich, es ist Quakes. Ein paar gibt es noch. Ja, oh scheiße. Don't eat me. I'm delicious. Das habe ich noch nicht gehört von denen. Er lebt noch. Sagen die auch nicht mehr. Doch, sagen die. I'm delicious. Aber man hört das kaum, wenn man am Ballern ist. Ja, generell sind die total leise geworden. Bis auf die Siren, die hörst du manchmal. Ja, stimmt. Die haben viel mehr gelabert damals. Also viel lauter, viel mehr Scheiße. Doch. Warum soll ich das? da ist ein Kindermus. Da ist ein Kindermus. Waaaaaah. Weh. Zwei Flash Bounce. Ich bin jetzt einfach mal das vierte Mal in zehn Wellen gestorben. Das ist schlecht. Haha, Scrake. Geh ruhig, ne Rüstung. Ich habe trotzdem mehr Kills als Team. Interessant. Ich hab mehr Kills als Lutz. Hilf dich nicht. Quast schon. Eins Scrake und ein Gore-Friend. Varian ist nicht sicher. Lass uns das als Wunsch. Ich bin überrascht, dass du noch stehen kannst. Still, die Medikamente hier sind auf der Kugel. Keine Ahnung. Hm, hm hm Yeeeeyyyyyy Oh shit Was meint ihr eigentlich jetzt besser, gegen den Boss der Flammenwerfer oder die Mikrowellenkanone Kommt auf den Boss Ja, da kann ich ja vorher nicht riechen Tja Ich glaub auf der Karte ist es immer Krampus, oder? Ja Da ist Feuer wegen den ganzen Minions, die spawnen Ja Ach, ich nehme die Mikrowellenkanone, ich benutze sie sonst nicht Geht mir Dosh Bitte Bitte Danke, 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 danke Hier, da oben, der zweite Name ist Ichi Wer ist Scratchy? Das ist Krampus Und der kann einen essen Wow Und was stand da, wenn du seine Rüstung zerlegst, dann wird er ragen? Und sauer Ja So sie ist er unter seiner Leiste, der hat einfach mal in drei Teilen Rüstung Okay Also der hat jetzt vier Raketen gefressen und jetzt guck mal auf die Rüstung Ich hoffe zu Ostern kommt dann ein Crawler Boss Hm, ja, genau Wow Oh, mach ich hier keinen Schaden Vielleicht weil er noch Rüstung hat Ich mach dir Rüstung aber auch Wow, ich wüsste ja schon wieder was zu holen Ey Ha, gut, dass nächstes mal ein Flaps mehr kommt Ja Er kommt Tor Oh 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 Hier liegt ne Rüstung Gottseller Was ist das denn? Glibberviecher? Kleine Glibberviecher, die rennen Arschgeburten, die nennt man Arschgeburten Erinnerst du dich? Oh, 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 oh Erinnerst du dich an an Rikomorti, die erste Folge im Flughafen? Bestimmt Achso, das kleine Teil aus der Shisha Ja Kränker, widerlicher Blow Force So Siren, Siameses, Schwilling, Boss, wäre witzig Oh Gott Was ist denn mit dem? Ohne Scheiß Aber ich säge sehr wenig von ihm Also, irgendwie Es ist ja alles neblig und im Schatten gehalten Und er hat nen schwarzen Kopf und Ich find's ja witzig, wie der so im Laufen ist Wie so ein Bloat halt, ne? Ein Bloat, der wird rot? Was? Ach, ich wollt schon Lutz sagen Ja, ich bin auch da Ich wurde von seinen Minions umzingelt Und dann wurdest du ein Minion gemacht Äh, nein Aber doch Nein, 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 nein Wird der denn eigentlich Oder, oder Weiß man das? Wird der nach dem Event ein normaler Bloat Boss? Ich weiß nicht Ich glaub, die behalten ihn als Kampus frei, oder? Naja, es gab halt mal so ein News-Gedöns Und da haben sie ein Bildausschnitt gezeigt von irgendwas Fettem mit Nippelpiercing Ich geh mal davon aus, dass der als Boss weiter existieren wird Allerdings halt Nur hier Äh, das meinte ich Ja Und to all a good night